So, und damit läuft die Aufzeichnung. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen monatlichen Business-Präsentation. Darüber werden wir reden. Ich freue mich, dass wir hier sind gemeinsam, wenn auch noch in einer kleinen Runde. Es wird sich sicherlich noch ein bisschen was tun in den nächsten Minuten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid. Ganz kurz für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Henrik Brockmann. Ihr könnt es womöglich lesen unter meinem Bildchen hier. Ich bin 55, komme gebürtig aus Nordrhein-Westfalen und ich selber habe neun Jahre Erfahrung mittlerweile in der Gesundheitsindustrie, im Vertrieb von wunderbaren Gesundheitsprodukten. Und ja, im letzten Jahr gab es dann zum Beginn dieser C-Krise, dieser Corona-Krise kam dann Root in unser Leben, ein sehr junges Unternehmen, welches erst im Februar 2020 auf den Markt gegangen ist. Wir haben Root dabei begleitet nach Europa. Wir haben mit einer Handvoll Leuten damals dann die ersten Schritte gemacht und mittlerweile entwickelt sich daraus etwas unglaublich Dynamisches. Wir haben in den letzten Monaten enorme Wachstumsraten. Wir merken, wie sich gerade Duplikation anfühlt, wie man ein Business richtig zur Duplikation bringt, zur Wachstum bringt. Und deswegen freue ich mich, dass ihr heute hier seid, um womöglich genau darüber zu erfahren, was wir machen, wer hinter Root steckt, wer hinter uns steckt und was für Produkte wir haben. Aber vor allem in den nächsten 30 Minuten, ja, wie dieses Business funktioniert. Und dazu werde ich jetzt meine Präsentationsfolie öffnen. Und für alle, die gerade schon da sind, haben das mitbekommen, wir hatten gerade dieses Lied von Revolverheld laufen, was ich so schön finde, weil es ist so dieses Thema, hey, lass dein altes Leben hinter dir. Und ja, das ist das, was uns in den letzten 20 Monaten, was wir alle gemein haben, alle Menschen da draußen. Ja, diese Krise hat das gesamte Leben verändert, eines jeden einzelnen Menschen. Und da, wo es Verlierer gibt, und die gab es in dieser Corona-Zeit leider zuhauf, gibt es natürlich auch Gewinner. Und wir haben die Möglichkeit, mit diesem Geschäft im Grunde genommen wirklich zu den Menschen zu gehören, die zu den Gewinnern gehören, weil wir etwas in der Hand haben, womit man Geld verdienen kann. Ja, aber das ist gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, wir können Emotionen verschenken, wir können den Menschen lebensverändernde Ergebnisse bieten. Und das heißt, wir können das Leben der Menschheit, wir können das Leben einzelner Menschen verändern. Und das ist unser Job, das ist unser Auftrag und das ist unsere Mission. Und genau das tun wir mit einem Online-Business, mit einem Business, was auf wunderbare Art und Weise funktioniert. Wir werden da gleich in den nächsten Minuten ein bisschen näher drauf eingehen. Jeder von euch wird in dieser knapp 30 Minuten feststellen und feststellen können, was Ruth kann, warum dieses Business anders ist, als womöglich all das, was du in den letzten Tagen, Wochen, Monaten oder womöglich auch Jahren kennengelernt hast, ja, in solchen Industrien wie Network-Marketing oder Affiliate-Marketing, Online-Marketing, ja, oder so im Bereich der Kryptowährung, Trading und was es da draußen nicht alles für Zeugs gibt. Und ich sage euch eins, ich bin ein absolut begeisterter Produktvertriebler und ich weiß, dass es da draußen viele tolle Companies gibt mit hervorragenden Produkten. Aber ich durfte eines lernen in den letzten 15 Monaten, dass das, was wir hier mit Ruth haben, nochmal eine ganz neue Ebene ist, weil es ist prädestiniert, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, es ist prädestiniert, damit online zu arbeiten. Und wir alle haben in dieser C-Krise eins gelernt, nämlich Home-Based-Business, was das heißt, ja, dass man von zu Hause aus arbeiten soll, muss, ja, oder womöglich auch darf, ja, dass du also womöglich vom Küchentisch aus dir ein eigenes Imperium aufbauen kannst. Ja, hört sich vielleicht für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber genau das beweisen wir ja gerade, dass das mit diesem Geschäft möglich ist. Und wenn ich von dir spreche, rede ich von vielen Partnern aus unserem Team, die mittlerweile sich ein internationales Business hiermit aufgebaut haben. Und das, ja, von zu Hause aus, vom Küchentisch aus oder aber von unterwegs aus, ja, aus dem Wohnmobil heraus oder ab nach Spanien in die Sonne und von da aus Kontakte generieren und Geschäft aufbauen. All das ist möglich, wenn man die richtigen Tools nutzt, wenn man die richtige Partner, die Firma an seiner Seite hat. Und darüber möchte ich mit euch in den nächsten Minuten reden. Also, ihr Lieben, ich bin ein ganz leichtes bisschen immer noch verschnupft, ja, ist kein Corona, nein. Aber, ja, auch diese kalten Temperaturen gehen an meinen Bronchien nicht spurlos vorbei. Und insofern bitte ich manchmal zu entschuldigen, dass meine Stimme manchmal versagt oder ich einen Hustenreiz bekomme. Ist aber alles nur vorübergehende Art. Also, ihr Lieben, wenn ihr in einem Online-Business interessiert seid, wenn ihr mit uns gemeinsam etwas für die Menschheit tun wollt, wenn ihr etwas verändern wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Und warum das so ist, warum das so wichtig ist, was wir hier gerade tun, erleben wir aufgrund dieses Bildes. Ja, wir haben um uns herum gerade ganz, ganz viele Menschen, die verzweifelt sind. Wir haben ganz viele Menschen, die gesundheitlich angeschlagen sind. Ja, wir sehen kleine Kinder mit Masken rumlaufen, ja, weniger Sauerstoff für das Gehirn. In meinen Augen absolut menschenverachtend, was da gerade passiert in dieser, ja, in dieser C-Krise. Und wir sehen, der Druck wird immer größer, ja, ohne jetzt zu spalten zu wollen, ja, egal, ob jemand geimpft ist oder ungeimpft ist. Wir müssen alle gemeinsam zusammenhalten. Wir als Gemeinschaft, ja, müssen zusammen wachsen. Wir haben alle große Herausforderungen vor uns. Und das fing ja alle schon vor Jahrzehnten an, ja, sei es mit Pestiziden, mit Glyphosaten, ja, die auf unsere Ackerböden gespritzt worden sind, sei es mit all den Antibiotika-Belastungen, die wir in unserem Trinkwasser finden, ja, sei es mit all dem Fastfood, den Lebensmitteln, den fertigen, den fertigen Nahrungen, die wir finden. Das heißt, das sind nur noch Füllstoffe, aber es sind keine Nährstoffe mehr. Das heißt, unser Organismus bekommt nicht mehr das, was er braucht, um vital zu sein, um gesund zu sein, um einfach auch glücklich und zufrieden zu sein, ja. Wie viele Menschen leben momentan in ihrer kleinen Box und sind total unglücklich, verlieren ihren Job oder geraten unter Druck aufgrund der ganzen politischen Entscheidungen. Und insofern, es ist wichtiger, als jemals zuvor Lösungen zu finden. Es ist wichtiger, als jemals zuvor einem anderen Menschen die Tür aufzumachen und ihm eine Lösung zu bieten, ihm Hilfe anzubieten, ihm Unterstützung anzubieten. Und das ist genau das, was wir dir mit Root, mit diesen Produkten anbieten können. Denn jeder von uns darf sich eine Frage stellen. Diese Frage habe ich mir vor vielen Jahren gestellt. Das waren diese vor zehn, elf Jahren, wo nämlich ich in der schwierigsten Phase meines Lebens war und mir damals die Frage gestellt habe, hey, will ich überhaupt noch leben? Will ich das, was ich gerade erlebe, überhaupt noch länger mitmachen? Oder aber bin ich bereit, und da war ich schon Mitte 40, bin ich bereit, nochmal mein ganzes Leben umzukrempeln, nochmal alles auf den Prüfstand zu stellen und mein altes Leben zu reflektieren und zu sehen, was muss sich verändern? Und es ist nun mal so, wir erleben es immer wieder, und vielleicht fühlst du dich angesprochen, Veränderung ist das, was den Menschen wehtut. Menschen wollen sich nicht verändern. Vor allem womöglich der Deutsche, der will sich nicht verändern. Und deswegen erleben wir gerade das, was wir erleben. Was tun die Menschen? Sie machen Cocooning, sie machen sich ihr Heim schön, Hauptsache Netflix und Alexa und all dieses Zeug drumherum. Aber man reflektiert nicht mehr, man hinterfragt nicht mehr, man verändert nichts. Und ich kann das immer mit einer ganz einfachen Frage, und jeder von uns kann das tun, mit einer ganz einfachen Frage, die sich jeder selber beantworten kann. Wenn du heute den Stichtag siehst und mal fünf Jahre zurückdenkst, hat sich dein Leben in den letzten fünf Jahren in irgendeiner Art und Weise zum Positiven verändert. Ich mache den Zeitraum noch geringer. Hat sich in den letzten 18 Monaten, seitdem die Corona-Krise angefangen hat, dein Leben in irgendeiner Art und Weise zum Positiven verändert. Und jetzt sage ich dir eines, wenn du nicht bereit bist, Selbstverantwortung zu übernehmen, wenn du nicht bereit bist, neue Entscheidungen zu treffen, wenn du nicht bereit bist, Dinge zu hinterfragen, wenn du nicht bereit bist, womöglich auch dich selber zu hinterfragen, deine Partnerschaft, dein Job, dein Umfeld, deine Freunde, deine Bekannten, dein ganzes Sein, dann wird sich auch, aufgepasst, in den nächsten fünf Jahren nichts verändern. Und auch nicht in den nächsten 20 Monaten. Das heißt, wir selber müssen Dinge, sorry, wir müssen Dinge hinterfragen. Wir müssen bereit sein, Dinge zu verändern. Und wenn du noch nicht erfolgreich bist, und aufgepasst, was meine ich mit Erfolg? Wenn jemand 300 Euro, 500 Euro stabil monatlich nebenbei verdient, neben seinem Job, dann ist das Erfolg. Dann ist das etwas, worüber man stolz sein kann, wo man zufrieden mit sein kann. Andere mögen womöglich erst dieses Gefühl haben, wenn sie ein paar tausend Euro dazu verdienen. Oder aber wenn sie ihr gesamtes Mindset verändern, wenn sie ihren gesamten Job verändern, wenn sie ihr gesamtes Umfeld verändern. Aber nochmal, du selber bist derjenige, der Einzige, der das tun kann, der dein Leben verändern kann. Und das ist dieser Anstoß, das finde ich so schön an diesem Bild, das ist so schön dargestellt. Da ist jemand, und wenn es nur in diesem Fall der Fisch ist, der bereit ist, sein Leben zu riskieren, um im Grunde genommen in eine neue Welt einzutauchen. Und genau das ist es, was wir dir bieten wollen. Aber niemand ist dafür verantwortlich, dass du mit dieser Company erfolgreich wirst. Genauso wenig, wie jemand verantwortlich dafür war, ob du in einer deiner letzten Erfahrungen glücklich und zufrieden warst und erfolgreich geworden bist. Sondern du bist immer nur der Einzige, der diese Dinge verändern kann. Und dieses Thema Selbstverantwortung, wirst du erleben, ist bei uns immer etwas, was uns immer begleitet. In unseren Trainings, in unserer Ausbildung. Weil wir müssen gerade in dieser heutigen Zeit, wo so viel Krise um uns herum ist, ist es wichtig, dass wir nicht nur zusammenrücken, sondern dass wir bereit sind, sein Popo zu erheben und Dinge zu verändern. Und Veränderung tut weh. Aber was noch wichtig ist, ist, wir müssen auch anfangen, Geld anfangen anzuerkennen. Geld in unser Leben zu lassen. Wir müssen bereit sein, Dinge wachsen zu lassen. Aber auch manche Dinge loszulassen. Denn Veränderung kommt auch nur dann, wenn man bereit ist, Dinge loszulassen. Und ich sage euch, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, heute muss jeder Mensch sich in den nächsten ein, zwei Jahren multiple Einkommensströme aufbauen. Was meine ich damit? Wenn du jetzt nur deinen Job hast, 9 till 5, sagt man so schön, von 9 bis 17 Uhr, deinen Job hast, wo du am Ende des Monats weißt, Summe X ist deine, mit der du dann vermutlich eh nicht klarkommst zum Ende des Monats. Das heißt, das ist ein Einkommensstrom, den du hast. Aber der macht dich nicht glücklich. Der wird dich auch niemals erfolgreich und glücklich und zufrieden machen. Also was brauchen wir? Wir brauchen multiple Einkommensströme. Und wenn ich davor sprach, ich will euch damit nur eins, ich weiß, worüber ich rede. Weil vor zehn Jahren, wenn ich darüber spreche, oder vor elf Jahren jetzt, dass ich in der größten Krise meines Lebens war, dann hieß das Depression, dann hieß das 200.000 Euro Schulden. Ich stand vor einer vernichteten Existenz. Und ich habe mein Leben verändert. Und ich habe mir selbst in die Augen geschaut. Und ich habe Tränen gelassen. Aber ich war mir über eins klar geworden. Nur ich bin der Mensch, der das verändern kann. Und ich habe lang gebraucht dafür. Ja, es war ein langer, harter Weg. Aber ich habe mein Leben komplett um 180 Grad geändert, gedreht, gewandelt. Und heute darf ich sagen, ich bin glücklich, bin zufrieden. Ich lebe in einer wunderbaren Partnerschaft. Und wir verdienen immenses Geld. Aber das ist gar nicht alles. Das Geld ist gar nicht für uns das Entscheidende. Sondern es ist das Team um uns herum. Und wir können gerade so vielen Menschen Mehrwert geben. Gesundheit, Wohlbefinden, Energie. Und natürlich auch finanziellen Spielraum. Und das ist möglich. Aber du brauchst multiple Einkommensströme. Aber anfangen tut immer alles mit einem. Bau dir mit Root, mit uns gemeinsam, einen Einkommensstrom auf. Einen zusätzlichen. Zu dem, was du jetzt verdienst. Und dann geben wir dir gerne auch peu à peu Ideen und Gedanken dazu, das Ganze aufzubauen. Weil du brauchst irgendwann mal mehrere Einkommensströme. Damit du dich nicht nur auf diesen Job konzentrierst. Weil wenn du diesen Job verlieren wirst, und wie unsicher all diese Jobs gerade sind, sehen wir tagtäglich da draußen, dann kann es sehr, sehr schnell bitter um dich herum werden. Und insofern, lass uns über die positiven Dinge reden. Also, wir wollen Geld verdienen. Und das ist gut so. Weil nur dann, wenn es dir gut geht, wenn du Geld verdienst, wenn du zufrieden bist, dann kannst du anderen Menschen was gut tun. Ich bin alles andere als eine Opferrolle. Weil Opfer sind immer diejenigen, die sich immer aufopfern für andere Menschen. Das ist schön. Aber das tun sie immer nur für ganz wenige Menschen. Meistens dann für ihre eigene Mama. Und das passiert oft so. Meine Schwester ist das beste Beispiel. Und ich unterstütze sie liebend gern dabei. Aber das ist eine klassische Opferrolle. Das heißt, sie kann nie vielen Menschen was Gutes tun. Wenn du aber dafür sorgst, dass es erst einmal dir gut geht. Nein, das ist nicht egoistisch. Sondern du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Warum sagt der Pilot, wenn es losgeht, wenn die Sauerstoffmaske fällt, erst die Sauerstoffmaske auf den eigenen Mund. Und erst dann kümmere dich um die Kinder und um die Sitznachbarn. Es ist nun mal so. Schau erst auf dich. Schau, dass es dir gut geht. Dass du zufrieden bist. Und dann kannst du anderen Menschen viel besser helfen mit einer wesentlich größeren Dynamik, als das andere tun können. Und wir können es tun mit dem wichtigsten Gut, was wir Menschen haben. Da draußen gibt es tausende von Krankheiten. Und spätestens jemand, der mal im Ärztezimmer, im Wartezimmer irgendwo gesehen hat, der weiß, wie viele Krankheiten es da draußen gibt. Krankheiten, von denen wir noch nie was gehört haben. Aber die gibt es da draußen alle. Hunderte und Tausende davon. Aber es gibt nur eine einzige Gesundheit. Und auch für die sind wir selbst verantwortlich. Das heißt, gebe deine Gesundheit nicht in die Hände der Menschen mit dem weißen Kittel. Nein. Wenn du einen Fuß gebrochen hast, ja. Dann kann er dir helfen. Aber wenn es um deine Gesundheit geht, dann kann es nicht die Spritze sein, die für alle weltweit gleich aussieht. Nein. Das kann definitiv nicht deine Lösung sein. Und dann kann es auch nicht derjenige Rat sein, nimm die Pharmazeutika, nimm das Arzneimittel. Sondern es kann immer nur Selbstrecherche sein, Selbstverantwortung sein, sich um diese Dinge kümmern. Und das tun wir mit der Firma Root, mit diesen Produkten. Denn da willst du hin. Finanzielle Freiheit, Freiheit, mehr Zeit, mehr Geld für dich, für deine Liebsten, für die Dinge, die dir wichtig sind. Und wenn es das ist, dann gib mir noch ein paar Minuten, um dir Zeit, über das zu reden, was ich dir anbieten möchte. Denn wir haben mit der Firma Root das perfekte Fahrzeug. Hier ist es der Koffer, der jetzt abhebt. Das ist auch ein Fahrzeug. Wir sagen immer so bildlich dargestellt, schau, wir laden dich ein, schau dir Root an, fühl dich, setz dich in diesen Wagen rein, schnuppere. Du kennst das, wenn du in so einem Neuwagen sitzt, riech es, fühl mal, wie das Lenkrad sich anfühlt, guck dir das Cockpit an und krieg einfach ein Gefühl dafür. Für Root, für die Produkte, für unser Team, für die Unterstützung, die dann läuft. Und dann fängst du an, mal so langsam den ersten Gang rein zu ruckeln und so ganz langsam dieses Fahrzeug in Bewegung zu kriegen mit deinen ersten eigenen Erfahrungen, mit deinen ersten Kunden, die du hast. Und dann fängst du an, ja, die Finger zu erheben und mal mit dem einen oder anderen Menschen darüber zu reden. Und dann kommst du langsam, dass dieses Fahrzeug in Geschwindigkeit aufnimmt und dass du womöglich, ja, die eine oder andere Barriere umschiffst, das eine oder andere Steinchen. Ja, und links und rechts sind Leitplanken, wie wir das von der Autobahn kennen. Und diese Leitplanken geben wir dir vor, mit aller Unterstützung, mit aller Hilfe, die wir bieten können, und du bist derjenige, der dafür sorgt, dass dieses Fahrzeug dann so langsam in, ja, Geschwindigkeit aufnimmt und, ja, dass du selber Verantwortung übernimmst für deine eigene Zukunft. Und da sind wir bei Root. Nämlich Root ist genau das, das perfekte Online-Business, eine junge Company, ganz kurz erzählt, im Februar 2020 auf den Markt gegangen. Heute wissen wir alle, es war der richtige, es war genau der richtige Zeitpunkt. Man ist im Grunde genommen direkt zu Beginn dieser Corona-Zeit auf den Markt gekommen. Es gibt keine Zufälle, ja, und es gibt ganz spirituelle Menschen hier, die sogar so weit gehen, dass sie sagen, das ist, das musste genau so sein, weil Root ist die Lösung für all die gesundheitlichen Probleme, Herausforderungen, die wir da draußen gerade haben und auch, um halt mehr, mehr, ja, Connection zu bekommen, ja, Spiritualität mehr, ja, Stichwort, Zirbeldrüse, ja, einfach so über diesen Tellerrand hinaus zu schauen und das mit Produkten, die unglaubliche Resultate erzielen. Also etwas, was wir, alle, die wir hier bei Root unterwegs sind, in der Form noch nie gesehen haben. Also ein sehr junges, ein sehr dynamisches Unternehmen, was einfach ein ganz leichtes Motto hat, Cure the Cause, was einfach heißt, geh an den Ursprung, heile die Ursache. Also nicht wie die Pharmaindustrie es macht, wo Symptome bekämpft werden, ja, mit einem Arzneimittel und später werden diese Nebenwirkungen dann mit dem anderen Medikament bekämpft, sondern es geht darum, heile den Ursprung. Und alles, was wir da draußen sehen, an Krankheiten, an Beschwerden, ja, hat alles eine Ursache, nämlich die Vergiftung. Wir Menschen sind mittlerweile alle vergiftet und die Natur ist die einzige, die das auf nachhaltige Art und Weise verändern kann. Das heißt, wir müssen also weg von dieser Thematik, ja, ja, Pharmaindustrie, ja, Abhängigkeiten von Medikamenten und, und, ja, irgendwelchen Ärzten, ja, sondern hin zur Natur, hin zur Welt, wirklich Lösungen und zwar, die den Ursprung, die die Ursache klären und heilen. Und das tun wir mit diesen Produkten. Und wir haben, aufgepasst, nur drei Produkte. Das sind die drei Produkte, die wir hier auf der rechten Seite sehen. Und diese drei Produkte haben alle ein eigenes Schwerpunktgebiet, auf dem sie unterwegs sind. Wir nennen diese drei Produkte, das ist unser Trinity. Also das ist sowas wie die Dreifaltigkeit. Warum? Weil diese drei Produkte alle aufeinander wirken. Sie sind alle synergetisch miteinander verbunden und unterstützen sich gegenseitig. Und das ist auf eine, passiert auf eine unfassbare Art und Weise. Übrigens kommt schon bald, noch in diesem Jahr, das nächste Produkt, womöglich sogar auch schon das fünfte Produkt. Also lasst euch überraschen. Wir selber wissen auch noch nicht sehr viel darüber. Man kriegt in dem einen oder anderen Call mal was davon mit, aber nur zum deutlich machen, es kommen noch unfassbare Dinge, auch in naher Zukunft, da auf uns zu. Reden wir ganz kurz über die Produkte. Dieses aber, ja, ich erkläre da gerne was zu. Fangen wir erst mal an mit Clean Slate. Clean Slate, kleine Fläschchen, siehst du hier. Was ist da drin? Im Grunde genommen, wenn ich es einfach ausdrücken würde, ist es im Grunde genommen Zeolith in flüssig Form. Ja, jetzt, ja, könnten wir ein bisschen darüber streiten, ja, wie das gemacht wird, wie es überhaupt möglich ist. Wer Zeolithe nicht kennt, der darf das gerne googeln. Zeolith mit Z geschrieben. Und Zeolithe sind im Grunde genommen Mutter Natur. Vulkangestein, ja, es kann wie nichts anderes in der Natur Schwermetalle, Gifte binden, ja, und das Ganze, also hochwertigstes Zeolith, ja, da gibt es unterschiedlichste Qualitätskriterien und das hochwertigste, was wir da draußen kennen, ist das sogenannte Cleanup Theolith. Du darfst auch direkt wieder vergessen, dieses Wort. Und wenn man sich damit beschäftigt, wenn man darüber Studien liest, dann weiß man, dass da Millionen von Menschen darauf schwören. Zu Recht auch. Jetzt ist es aber so, dass das klassische Zeolith in Pulverform halt eingenommen wird und über den Magen da antragt, hauptsächlich arbeitet und sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt kommt Root her und es gibt erst eine Handvoll Firmen weltweit und wir sind die Ersten aufgepasst, die Ersten, die dieses Produkt in Deutschland registriert haben und sogar in Deutschland im Lager, im Warenlager haben. Ja, das heißt, also alle Zollformalitäten sind schon erledigt, das Produkt ist registriert, das liegt dort und jeder kann dieses Produkt bestellen im deutschsprachigen Raum, in ganz Europa, in Australien, in Südamerika, in Südamerika, nicht in Nordamerika, aber auch in Afrika, in vielen Ländern und, oder auch in Asien, in einigen Ländern und, ja, und dann kommt dieses Produkt für uns im deutschsprachigen Raum innerhalb von Deutschland, innerhalb von ein bis drei Werktagen zu dir und du tropfst dieses flüssige Zeolith unter deine Zunge und das verändert alles. Wie nichts anderes, aufgepasst, wie nichts anderes ist dieses Produkt in der Lage, wirklich die Ursache zu bekämpfen, die Ursache der, der, der Beschwerden. Nämlich, es bindet Schwermetallegifte, Toxine, Glyphosate, Schimmelpilzsporen, ja, und für alle, die sich mit der Impfthematik auskennen, ja, dann haben wir alle schon mal in den letzten Wochen was von Graphenoxid gehört, ja, all diese Dinge kann dieses Produkt binden, ja, und zwar funktioniert das, muss man sich das vorstellen, wie so eine Hohlstruktur, ja, so hat ganz viel Hohlstruktur, tauscht Ionen aus, das heißt also, dieses Clean State schenkt deinem Organismus Mineralien und gleichzeitig nimmt es Schwermetalle mit, in seinem Rucksack gepackt und weil es ein Kristall ist, bleibt es nicht im Körper, es ist also nicht absorbierbar für den Körper und wird deinen Organismus innerhalb von sechs bis 24 Stunden verlassen und das passiert jeden Tag, jeden Tag und jetzt kannst du dir ganz naiv vorstellen, wenn das jeden Tag passiert, ja, dann ist doch klar, dass irgendwann weniger Schwermetalle, weniger Gift in meinem Organismus sind und was passiert dann? Das Produkt ist zwar wunderbar, aber es ist kein Wundermittel, weil das Wunder ist dein Körper, weil dein Körper schafft es dann, wenn du ihn befreist von diesen Dingen, schafft dein Körper selber zu regenerieren und das wirst du merken, nicht vielleicht in den ersten Monaten, es kommt auf die Baustellen an, die du hast, aber innerhalb der nächsten Wochen, Monaten und ein, zwei Jahren gravierende, lebensverändernde Ergebnisse. Wenn du mehr dazu wissen willst, bist du eingeladen, dienstags abends 19 Uhr, deutschsprachiger Erfahrungsaustausch. Lass dich bitte einladen von der Person, die dich heute eingeladen hat, zu diesem Call. Dienstags 19 Uhr. Zweite Produkt, Fokus, Konzentration, Dopamin, Serotonin, alles schon mal gehört, Melatonin, Schlafhormon, alles schon, kann man da überhaupt Hormon zu sagen? Egal, aber du weißt, was ich meine. Serotonin, Dopamin, Glücksgefühle, Konzentration, Fokus, diese Dinge sind so wichtig in der heutigen Zeit, gerade in der heutigen Zeit. Zirbeldrüse entkalken lassen über diese Produkte, um einfach wieder über den Tellerrand hinausschauen zu können. Und da ist dieses Produkt etwas Wunderbares. Das ist eine Kapsel, man kann sie so schlucken, wenn sie einem zu groß ist, kann man sie auch aufmachen und auf ein Teelöffelchen packen oder ich packe sie mir immer morgens ins Müsli mit rein. Wunderbare Art und Weise, also einfach die Kapsel geöffnet. Oder aber man kaut die Kapsel einfach, anstatt sie zu schlucken. Sehr eklig, bitter, aber gibt dir sofort den Kick, der dich womöglich dann über Nacht auch Party machen lässt, wenn du womöglich ein junger Mensch bist und statt dem ungesunden Red Bull lieber auf gesunde Dinge zugreifen willst. Restore, das neueste Produkt von Root. Es ist ein Sachet, ein kleines Sachet mit unfassbar vielen Vitalstoffen. Also nicht nur Kurkumin, also Kurkuma oder Schwarzkümmelsamen oder Aloe Vera oder, oder, oder. Es gibt eine ganze Liste von Dingen, die da drin sind. Es gibt Leute, die sagen, es schmeckt wunderbar, es schmeckt himmlisch und es gibt andere Leute, die sagen, habe ich echt ein Problem, mit das runterzubekommen. Das darf jeder für sich selber sehen, aber auch das kann man ja als Dessert mit aufpacken auf den Nachttisch oder jeder darf das ja so nehmen, wie er das möchte. Und auch das gibt dir einfach, was deine Zellerneuerung angeht. Wenn wir Giftstoffe aus dem Körper raus transportieren lassen, dann braucht dein Körper natürlich auch die richtigen Vitalstoffe, um wieder gesund und vital aufzuwachsen. Jede neue Zelle, die dort entsteht und genau das passiert halt mit dieser Trinity, mit diesem Dreierpack, mit dieser Dreifaltigkeit. Deswegen empfehlen wir jedem, nimm alle drei Produkte auf einmal und dann sprech dich bitte mit der Person ab, die dir dieses Produkt vermittelt hat. Wir haben eine tolle Produktaustauschgruppe, wir haben viele Informationen, worüber man lesen, die man nachlesen kann. Wir haben eine Verzehrempfehlung. Wichtig für dich zu wissen, alle Produkte sind vegan, sie sind natürlich, sie sind ohne Synthetik, sie stehen alle auf der BSCG, das ist das wertvollste Anti-Doping-Logo, was man überhaupt bekommen kann. Wir haben den Goldstatus, das heißt also, jeder Hochleistungssportler wüsste also, wenn er dieses Produkt sieht, aha, okay, hat BSCG-Siegel, kann ich also ohne Probleme nehmen, weil es 100% natürlich ist und keine Doping-Substanzen oder unnatürlichen Substanzen dort vorhanden sind. Also, ihr Lieben, wir haben jetzt ganz kurz über die Produkte gesprochen. Wie gesagt, merkt euch, Dienstagabend 19 Uhr und jetzt reden wir doch mal ganz kurz über Business und dann sind wir schon auch fast durch. Also, was wir hier tun, ist im Grunde genommen so eine Kombi, aus Network-Marketing, Online-Marketing, Affiliate-Marketing, Franchising. Ich finde diesen Begriff toll, jeder kennt Franchising, zumindest wenn er McDonald's kennt, weiß es, das ist ein Franchise-Konzept, man kann sehr viel Geld investieren, kauft sich eine McDonald's-Lizenz oder eine Burger King-Lizenz oder whatever und dann wird man von diesen Menschen ausgebildet, wie man erfolgreicher Unternehmer wird. So ähnlich ist es ja auch, nur dass du keine Gelder dafür bezahlst, um dich in diesen Root-Franchise zu registrieren, sondern du registrierst dich einfach als Kunde, bestellst das Produkt deiner Wahl, erzielst Resultate, spürst Emotionen bei anderen Menschen, denen du das Produkt vermittelt hast, aus dem Freundesbekanntenkreis, du sprichst mit Interessenten, du lernst natürlich aus unseren Trainings, aus unseren Erfahrungen und du kannst jeden Tag mit diesem Produkt, mit diesem Business Geld verdienen und das ist natürlich ein Geschäft, was du von der Picke auf lernen kannst, was du von der Picke auf dir aufbauen kannst, wenn du das sechs Monate richtig machst und auch ein bisschen dir annimmst von dem, was wir dir trainieren, was wir dir zeigen, dann kannst du dir von sechs Monaten dir ein wunderbares Einkommen aufbauen. Vielleicht anfangs nebenberuflich, wenn du nur ein, zwei Stunden vielleicht Zeit hast dafür, aber definitiv ist ja auch viel mehr möglich. Das kann auch sehr, sehr schnell und wir haben genug mittlerweile, die das hauptberuflich tun, weil es einfach lukrativ ist, weil der Marketingplan hier sehr, sehr spannend ist. Und ja, ihr seht es hier, fertiges Konzept, du kriegst mit der Registrierung alles, eine Website auf dich personalisiert, Online-Shop, Support von der Company, Support von uns als Team, du kriegst Ausbildung von der Company und von uns als Team und es gibt tolle Marketing-Tools, die dir einfach helfen, dieses Geschäft komplett ohne Druck, ohne Zwang aufzubauen. Und insofern ist es im Grunde und das perfekte Home-Based-Business. Vom Küchentisch aus sich ein Imperium aufbauen. Hört sich doch cool an, oder? Stell dir doch mal bitte vor, du startest jetzt mit Root und in den nächsten zwei Jahren bauchst du dir ein Imperium auf. Einfach international, weil warum? Social Media, Kontakte knüpfen. Das ist für jeden. Sorry. Das ist für jeden Menschen möglich. Und man muss es nur richtig machen. Man muss es lernen. Und diese Dinge zeigen wir. Es gibt null Risiko. Null Risiko, weil du investierst, keine Gelder hier drin, sondern du kaufst ein Produkt deiner Wahl und du hast gigantische Chancen. Du wirst jeden Tag an den Umsätzen deines gesamten Teams beteiligt. Also du kriegst eine Umsatzbeteiligung aus deiner Community. Darum hinaus gibt es jeden Tag Provisionen, für wenn du eigene Kunden hast oder deine Kunden Kunden haben. und du bekommst vor allem auch täglichen Support, Unterstützung und du wirst dieses Geschäft lieben, wenn du bereit bist, diesen Weg mit uns zu gehen. Also Geld verdienen ist nicht schwierig. Nicht in der heutigen Zeit. Nicht, wenn man bereit ist, auch Dinge zu lernen, die man womöglich noch nie in der Form gemacht hat. Weil nicht jeder ist wie die jungen Leute mit dem Handy aufgewachsen. Und nicht jeder ist online affin. Aber du musst hier keine IT-Kenntnis haben. Du musst hier nicht rhetorisch begabt sein. Du musst hier nicht irgendwelche Ausbildungen machen oder ein paar tausend Euro in irgendwelchen Funnel oder Online-Tools investieren. Nein. Du musst einfach nur bereit sein, zu lernen. Du musst einfach bereit sein, Dinge zu machen und uns einfach gewisse Dinge nachzumachen. Wir machen sehr viel Unterstützung da, um einfach die Menschen zu zeigen. So wie gleich auch schon. Unser Schnellstart-Training, vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, wir haben gleich um 19 Uhr, für alle, die jetzt heute hier Gast sind, die können gleich heute Abend um 19 Uhr beim Schnellstart-Training dabei sein, um einfach schon mal zu verstehen, wie geht man die ersten Schritte mit diesem Geschäft. Aber entscheidend ist bitte eins und da bin ich wieder bei dem, was ich ganz am Anfang schon mal sagte, nämlich dieses Thema Selbstverantwortung. Ja, weil wenn du bereit willst oder wenn du wirklich aus dieser jetzigen Zeit herauskommen willst, wenn du etwas verändern willst, dann musst du bereit sein, Selbstverantwortung zu übernehmen. Du musst bereit sein, Dinge in deinem Leben zu verändern, und so wie ich es gerade schon sagte, es wird sich in den nächsten zwei oder fünf Jahren nichts verändern. Du wirst nicht glücklicher, nicht zufriedener, nicht erfolgreicher, du wirst nicht mehr Geld verdienen, wenn du nicht irgendetwas in deinem Leben verändern wirst. Und wenn du schon einige Dinge in der Vergangenheit getestet hast, die nicht so funktioniert haben, dann hat das auch Gründe. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist der Grund meistens auch der Mensch, dem du in den Spiegel guckst, wenn du morgens aufstehst oder ins Badezimmer reingehst, das ist der Mensch, nämlich du selber, der dafür verantwortlich ist, ob sich Dinge verändern. Aber im Vergleich zu diesem klassischen Network, Vertriebene draußen, wo es nur um Chaka-Chaka und Motivation oder auch um Druck geht, geht es hier darum, dir die Hand zu geben, und du darfst sie öffnen, und wir dürfen gemeinsam diesen Weg gehen, wir dürfen es gemeinsam unterstützen, wir dürfen gemeinsam voneinander lernen, weil womöglich dürfen wir auch von dir noch Dinge lernen. Aber den Schritt dazu, dem musst du halt gehen, du musst bereit sein, auf uns zuzugehen und sagen, Mensch, ich will diese Dinge lernen. Ich will einfach verstehen, wie die Produkte funktionieren, ich will verstehen, wie man kommuniziert, ich will verstehen, wie ich neue Kontakte über Social Media generiere, ich will verstehen, wie ich mir ein Netzwerk aufbaue, und dabei helfen wir dir. Und das auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Und jetzt würde ich gerne mal gucken, ich habe nichts vorher abgesprochen, ich gucke mal gerade, ob ich hier ein, zwei, drei Personen finde, die vielleicht von denen mal ganz kurz so zwei, drei Minuten hören, was sie bisher für Erfahrungen gemacht haben. Und die Katrin hat zwar gerade ihr Video aus, aber vielleicht gelingt es mir, die Katrin zu motivieren, ihr Video wieder anzumachen, und mal ganz kurz aus ihrer eigenen Perspektive oder aus ihrer Sichtweise zu erzählen, was sie für Erfahrungen bisher gemacht hat. Und in der Zeit, wo Katrin vielleicht noch gerade mit dem Kamm durch die Haare geht, frage ich mal den Thomas Hinze vielleicht. Wen habe ich denn, ich gucke mich ja gerade hier um, aber vielleicht kann der Thomas ja schon mal anfangen. Thomas, Thomas kommt aus Berlin, Thomas ist erfahren im Online-Marketing. Erzähl du doch mal aus deiner Sicht, was machst du hier? Ja, schönen guten Abend zusammen. Danke, Hendrik, erst mal für deine Präsentation und wie immer so ein paar Wachhüttler wieder. Und bei mir ist es halt auch so, ja, ich, der Hendrik hat mir damals so ein paar Impulse gegeben und ich habe mich damit beschäftigt. Ja, und ich habe halt einfach für mich erkannt, von der Produktseite her, das hat auch ein bisschen gedauert. Das hat einfach so auch mal vier, sechs Wochen gedauert, habe ein bisschen gelesen, ein bisschen gegoogelt, ein bisschen YouTube und habe dann einfach erkannt, man kann sich gar nicht davor schützen, ja, vor dieser Schwermetallbelastung, vor dieser Vergiftung. Und wenn man wirklich mal ganz neutral liest, was das auch für Folgen haben kann, auch im Alter, ja, dann muss man sich einfach die Frage stellen, hey, was kann ich dagegen tun? Ja, und ich habe einfach Vertrauen gefunden in die Produkte, ja. Zeolit war bis dahin auch ein Fremdwort für mich, aber ich habe gesagt, ich probiere es mal aus, ja. Ich habe mir die anderen Testimonials angeschaut, die anderen Erfahrungsberichte und ich habe Vertrauen in diesen Produkt, ja, ich sehe das prophylaktisch, weil wenn ich jeden Tag damit belastet bin, will ich auch jeden Tag ein bisschen was dagegen wirken und habe das einfach für mich zum Standard gemacht, ja. Und von meiner Businessseite ist es so, für mich ist auch ganz klar, ich will halt mehr Unabhängigkeit aufbauen, ja. Du hast es angesprochen, mehrere Einkommensströme, ich habe einen Job, ja, und baue mir das nebenbei auf und ich will halt einfach in diese Position kommen mit diesem Business, dass ich frei bin, ja, dass ich entscheiden kann und wenn irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, hey, du kannst nur dann arbeiten, wenn das gegeben ist, dann sage ich, bitteschön, dann ohne mich, aber um das zu sagen, brauchst du halt halt was in der Hinterhand, ja. Und das musst du dir einfacher erarbeiten und ich sehe halt hier mit Brut, ja, eine Mega-Chance, wirklich eine Perspektive, Potenzial für ganz viele Leute, ja. Und man muss was machen, ja, man muss mit Leuten sprechen und sagen, hey, ich habe hier was Cooles, aber Leute finden das gut, ja. Leute finden das gut, werden anfangen, die Produkte zu nutzen und auch das Business aufzubauen und dann, ja, hast du eine gute Chance, dir darüber ein gutes Business von zu Hause aus, ja. Ich bin jetzt hier im Schlafzimmer, kannst du dir hier ein Business aufbauen. Das war es erstmal von meiner Seite, Henrik. Danke dir, danke dir, Thomas. Ja, es ist, es kann einfach sein, ja. Es ist etwas sicherlich, das sagte Thomas auch zu Recht, man darf es natürlich erstmal reinfühlen, ja. Man darf ins Vertrauen gehen, man darf die Produkte probieren, man darf eigene Erfahrungen sammeln, man darf sicherlich auch mal, ja, ein paar Leuten über die Schulter gucken, die das Ganze schon erfolgreich betreiben und genau so fängt ein Geschäft an, ja. Ich mach jetzt mal in die Runde, wer hat denn noch Lust und Zeit, mal zwei Minuten aus eigener Sicht zu erzählen, was er bisher für Erfahrungen mit Ruth gemacht hat. Und jetzt gucke ich mal, ob irgendeiner bereit ist, sein Mikro freizuschalten und dann doch bitte einfach mal her. Annette, du bist da. Grüß dich. Hallo, ich wollte mich auch nochmal kurz sehen. Ah ja, hier, hier, hier. Ja, ich bin seit August dabei und ich bin wirklich überrascht, wie fix das jetzt alles ging und man ein wirklich tolles Business aufbauen kann. und ich muss sagen, Entgiften ist ja sowieso mein, ja, mein Steckenpferd oder mache ich ja schon seit 15 Jahren Gesundheitsberatung und ich bin aber überrascht, wie die Menschen darauf reagieren, also auch darauf anspringen, sage ich mal. 80 Prozent von den Leuten, die ich anspreche, sagen, Mensch, ich habe die ganze Zeit was gesucht. Super, dass es da was gibt und super, dass es so ein tolles Produkt ist. Und das finde ich mega. Ja, das freut mich sehr. Und ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich in mein Backoffice gucke und denke, okay, sieht gut aus. Und ja, ich freue mich wirklich dabei zu sein und hier was aufzuhauen weiterhin. Ja, sehr schön, sehr schön. Es sieht nicht nur gut aus als Backoffice, sondern es gibt auch was her. Ja, absolut. Absolut, es gibt was her. Ihr Lieben, mal gucken, ob wir noch den Roman, Roman, hörst du mich? Bist du da? Ja, mal gucken, ob ich den Roman hier finde. Roman. Roman, hast du noch eine Minute Zeit? Okay, scheint gerade beschäftigt zu sein. Petra, wie schaut es bei dir aus? Hans-Peter. Hans-Peter macht sein Mikro frei. Aus der Schweiz. Ja, guten Abend alle zusammen. Ja, für mich ist Ruth eine Lebenseinstellung geworden. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste und trotzdem, ich lebe Ruth. Ich baue das Geschäft vielleicht ein wenig anders auf als viele andere, aber es gibt viele Wege, die führen nach Rom. Es gibt aber sicher nur einige schnelle, gute und korrekte Wege. Und ich probiere, einen dieser Wege zu gehen. Nicht probieren, ich mache es. Ja, in diesem Sinne, keine Angst, gar nichts, sondern einfach tun. So ist es. Einfach, einfach tun. Absolut. Danke dir, Gruße in die Schweiz und dein Hinweis, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, war vermutlich auf mich bezogen. Danke, ist angekommen. Und insofern, aber Petra, Petra hat noch ihr Mikro frei. Ja, ich bin zwar hier ganz schlecht beleuchtet, aber es kommt ja auch drauf an, was ich sage. Ja, Mensch, ich habe ja das große Glück, ortsunabhängig arbeiten zu dürfen und bin ja so eine Art digitale Nomadin und ich mache Network Marketing jetzt schon, ich glaube sieben oder acht Jahre, aber ich muss sagen, ich habe noch nie so ein leichtes Business gefunden wie bei Root. Also es ist wirklich einfach, es passt absolut in die Zeit, die Leute hören zu, wenn man ihnen von Zeolit erzählt und es ist mega einfach. Dadurch, dass es so einfach umzusetzen ist, keine Starterpakete, keine Verpflichtungen, es ist alles freiwillig und das macht dieses Geschäft so wahnsinnig einfach. Man braucht keinen Druck aufbauen, man braucht gar nicht groß überreden, die Leute. Sie sind einfach interessiert, hören zu und es macht mega Spaß und ich glaube, ich war noch in keinem, ja, in keinem anderen Unternehmen so schnell erfolgreich als wie bei Root. Ja, ja, du hast gerade etwas Wichtiges gesagt, ja, hier passiert nichts auf Druck, ja, man ist komplett frei, und das macht es halt auch anders, ja, als das, was viele Menschen schon bisher in Erfahrung gesammelt haben. Danke dir, Petra. Gerne. Lass uns weitergehen, ja, und wir sind auch gleich schon am Ende angekommen, ihr Lieben, weil im Grunde genommen, ja, stehst du als Mensch, als Person vor der Entscheidung, hey, alles so lassen, wie es ist oder womöglich doch mal abbiegen und einen neuen Weg gehen, nochmal, auch mit schlechten Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, einfach sagen, hey, ja, vielleicht ist es das, auf was ich warten musste, ja, und das ist das, was viele Menschen spüren, ich habe das noch nie gesehen, dass wir so, dass man so viele Menschen im Team hat, die sagen, ich habe noch nie so viel Geld verdient im Vertrieb, ich war noch nie so erfolgreich im Vertrieb, wie hier bei Root, ja, und es war noch nie so leicht, ja, das haben wir auch gerade von Petra gehört, wie im Vertrieb, und das sind doch die Argumente, das ist das, was die Menschen brauchen und wir können ihnen die Tür dazu öffnen und insofern, mein lieber Gast, wenn du heute mir hier zuhörst und dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dann darfst du deine Entscheidung für dich treffen und die Schritte, René, ich komme gleich zu dir, die Schritte dahin sind relativ einfach, nämlich auf der einen Seite, es gibt einen Registrierungslink, den bekommst du von dem Menschen, der dich heute Abend hierhin eingeladen hat, ja, da kannst du dich einfach kostenlos als User registrieren, dann bestellst du das Produkt deiner Wahl, ja, wir empfehlen definitiv das Trinity Pack, also alle drei Produkte für dich zum Testen, du lernst die Produkte kennen, du spürst einen Unterschied, ja, und du fängst an, mit den ersten Menschen darüber zu sprechen und parallel folgst du einfach unserem System, das heißt, wir haben eine geschlossene Facebook-Gruppe, eine private, wir haben eine private Telegram-Gruppe, einmal bezogen auf Produkt und einmal bezogen auf Business und du vernetzt dich natürlich mit deiner Upline, ja, mit den Menschen, die dir weiterhelfen können und notierst dir die kommenden Termine und ich gebe dir zwei jetzt an die Hand, nämlich einmal Termin 19 Uhr, sprich in 18 Minuten, ein Schnellstarter-Training, darüber werden, darüber reden wir, über die ersten Dinge, wie man sich registriert, aber auch wie man anfängt, sein eigenes Geschäft aufzubauen und es gibt einen weiteren Termin, den habe ich gerade schon genannt, Dienstagabend 19 Uhr, deutscher Erfahrungsaustausch, sei dabei, kriege ein Gefühl dafür, was wir für Menschen sind, wie wir dieses Geschäft aufbauen und dann darf ich dich herzlich willkommen heißen und mit diesen Worten gebe ich ganz kurz zum René, auch Gast heute und du hast noch etwas mitzugeben, denke ich mir. Ich bin seit ungefähr einer Stunde kein Gast mehr, ich bin Vertriebspartner und habe bestellt. Seid gegrüßt, ihr lieben Erdenmenschen, ich bin schon seit 20 Jahren im Network, denn Hendrik, der hat mich auch schon mal hier besucht, wir waren lecker essen, ich hoffe, du hast da gut genächtigt, wo ich dich reingepackt habe, der Thomas Hinsel kenne ich auch schon viele Jahre, die Petra, seid gegrüßt. Was will ich sagen? Ich habe hier so Sachen, die kennt man vielleicht, Zeolit, noch in dieser bröckligen Form. Hier stehen noch so viele Nahrungsergänzungsprodukte, weil ich seit 20 Wochen krank bin und ich muss mich jetzt entgiften und ich bin so hochgespannt, was dieses feurige Zeug in meinem Kopf fabrizieren kann, denn hier oben ist nämlich eine Bakterie und im Kopf durch den Zahn hat er sich reingehübscht und ich kriege ihn nicht raus. Und morgen darf ich nochmal zum Zahnarzt, am Dienstag zum MRT, aber ich glaube, wir sind alle unsere eigenen Ärzte. Wir müssen das auch sein. Wir müssen mittlerweile mehr wissen als ein Richter, mehr wissen als ein Anwalt, mehr wissen als ein Doktor und mehr wissen als alles, was wir brauchen, weil wir müssen diese Menschen überprüfen, ob sie wirklich Fachwissen haben. Und ich bin ein Mensch, ich grabe immer tief, aber ich will es gar nicht so lang machen. Danke, dass du diese tolle Präsentation gemacht hast, lieber Hendrik, aber ich kenne ja nichts anderes von dir seit Jahren. Nein. 50 Euro Papier, da kannst du mir nicht überweisen, der Katz hat. Es ist sehr wichtig, dass man sich in Gemeinschaften zusammenrottet und gemeinsam stark durch diese künstliche Krise stärker wird. Das ist ganz wichtig. Wir haben große Chancen mit Network Marketing und allen Sachen, die gesund machen, jetzt zu dieser Zeit. Bessere Zeiten gibt es nicht. René, herzlich willkommen im Team. Ich freue mich, dass wir wieder vereint sind. Wir haben uns ja schon mal, du hast gerade gesagt, nicht nur persönlich getroffen, sondern auch auf einigen Präsentationen gesehen. und insofern schön, dass du wieder on board bist und freue mich drüber. Ihr Lieben. Es hat einfach zu viel geregnet in der Vergangenheit. Ja, genau. Ihr Lieben, wir sehen uns in 10 Minuten, beziehungsweise, ja, nee, in 15 Minuten. Den Link bitte, nicht der gleiche Link wie jetzt, sondern lass dir bitte den Link geben von der Person, die dich eingeladen hat für heute Abend und sei um 19 Uhr dabei bei unserem Schnellstarter-Training und dann sehen wir uns. Dann bis gleich. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Alles Gute, bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Aber gut, schwenkt den Hut.